Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, als ihr es sonst gewohnt seid. Warum ist die Frage natürlich, und zwar ist sie recht simpel zu beantworten. World of Tanks im europäischen Raum wird fünf Jahre. Und fünf Jahre ist eine unglaublich lange Zeit und ich dachte mir, was habe ich denn eigentlich in den letzten fünf Jahren gemacht, beziehungsweise in meiner aktiven World of Tanks Zeit. Und da seht ihr jetzt hier schon im Bildschirm, was ich mit euch vorhabe. Ich habe mir ein allererstes Video rausgesucht, am 24.09.2013 hochgeladen. Also ihr seht hier unten ist ja auch mein heutiges Datum. Also dementsprechend fast zweieinhalb Jahre, gute, sagen wir mal gute zweieinhalb Jahre, ist das Ganze schon her. Und deswegen, wir gucken da so ein bisschen, wie World of Tanks sich in den letzten zweieinhalb Jahren allein schon verändert hat. Und können da auch nochmal sehen, wie habe ich mich auch verändert. Und es gibt ein Highlight. Das muss man auch sagen, bevor wir das mit dem Video starten. Es wird ein Gewinnspiel geben. Und zwar werdet ihr die Möglichkeit haben, hier einen, vielleicht sogar mehrere Types zu bekommen. Und wie? Das ist die Frage. Natürlich soll es diesmal nicht einfach nur mit einem Kommentar sein. Das wäre dann doch ein bisschen sehr fade und albern. Sondern vielleicht einfach mal so, wie ihr die letzten fünf Jahre World of Tanks erlebt habt. Was ihr da so spannend fandet, was ihr gute Änderungen fand, was euch gestört hat. Lasst eure Kreativität da freien Lauf. Ich werde mich dann dazu ein bisschen mit Wargaming absprechen. Ich lasse die auch mal über das Video schauen. Und dann sollen die mir sagen, okay, wer hat sie von den Kommentaren her auch beeindruckt? Wo haben sie vielleicht gelacht, geweint oder was auch immer? Und die dürfen dann schauen, ob ein oder mehrere Leute hier einen Type verdient haben. Einer wird es definitiv. Der Rest ist up to you, wie man so schön sagt. Ja, jetzt lassen wir hier dieses Video mitlaufen. Ich selber werde auch das so mitkommentieren. Also jetzt, ich werde mich selbst sozusagen ein bisschen persiflieren. Und mal, ja, selber mal gucken. Ich habe mir dieses Video seit zweieinhalb Jahren auch nicht angeschaut. Also ich kann euch nicht sagen, wie das ist, wie ich mich verändert habe. Aber ich glaube, das Buch finden wir jetzt mal raus. Wir legen los und starten mal. Mein Name ist Alcaramba. Ich bin durch die Fan-Seite, Szene-Seite, wie man auch immer dazu sagen will. www.wot-com.de bekannt. Ach Gott, Gott. Und daher auch das Let's Play. Da mich einige gefragt haben, wie schaut es aus? Hast du nicht mal Lust, irgendwas von dir in-game zu zeigen? Zeig uns doch mal, ob du was drauf hast, ob du einfach nur daher laberst. Ich glaube, das will ich jetzt hiermit präsentieren. Ich glaube, es hat mich damals gar keiner gefragt. Ich kann gar nicht zu viel rumschnacken. Ich zeige euch einfach mal meinen Werbpass. Werbpass sieht man, dass ich noch recht unerfahren bin von den Spielen her. 4.300, da gibt es deutlich mehr. Deswegen, wenn ich mich blamiere... Stimmt, du bist ein Hardcore-Noob, Alcaramba. Du bist ein Hardcore-Noob. Was ich ausgesucht habe, ist der B2. Und der nimmt den Lobo-Panzer. Der Spaßwege-Panzer. Ich spiele ihn auch wirklich sehr gerne. Gut, das war wahr. Kann man das eine oder andere Match wirklich noch selber gestalten und auch da alleine was reißen. Gucken wir mal, ob es diesmal der Fall sein wird oder ob ich jetzt tierisch schlecht bin. So, ich muss kurz abbrechen oder unterbrechen. Ich habe den Panzer damals nur genommen, weil er wirklich einigermaßen so gepasst hat, wo ich gesagt habe, okay, da verkacke ich nicht so hart und da blamiere ich mich nicht. Das war der Haupthintergrund. Nichts anderes. Naja. Das weiß ich nicht, ich hoffe. Wenn es aber der Fall ist, dann wisst ihr ja, liegt es an den Gefechten und nicht an mir. Natürlich liegt es nicht an dir. Schöne Karte für ein B2 finde ich genau richtig. Da geht es auf jeden Fall in die Stadt gleich rein. Gott, ich höre mich so schrecklich an. Hier sieht der klassische XVM. Nichts Besonderes. Team von mir schaut doch sehr gut aus. Damit werde ich mich nicht beklagen. Kann er sonst... Also ich verhaspel. Das übrigens wird mir heute noch vorgeworfen, dass ich mich heute auch noch immer verhaspel. Äh, ja. Nur mal dazu. Also, das hat sich wohl dann doch nicht verändert. Ich versuche den Panzermüll... Vielleicht noch mal ganz kurz. Jetzt tut mir leid das hier, soll ich mal unterbrechen. Aber achtet auch mal ein bisschen auf die Grafik. Ich kann es leider, wenn ich es noch größer mache, das ist nämlich nur 720p. Das wird nämlich nicht feiner und nicht schöner. Äh, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe damals auch noch in der Qualität hochgeladen. Naja, ist halt zweieinhalb Jahre her. Aber wie gesagt, achtet auch mal ein bisschen auf die Karte, auf die Grafikdetails und die Sounds. Also auch da hat sich ja World of Tanks wirklich stark verändert. Ohne Gold. Ich spiele den heute Gold-Only. Hast kein Geld oder was? Ja, da auf einmal brauchst du wieder Gold, gell? Weil das Ganze einfach ist, dass die meisten Gegner Schwierigkeiten damit haben, durchzukommen und man doch die eine oder andere Stahlwand damit mal abgreifen kann. Alter, wie das Spiel ausschaut. Also das Team macht. Team verteilt sich eigentlich ganz gut. Bisschen wenig für meinen Geschmack in die Stadt, aber gut. Das heißt jetzt noch nicht wirklich... Ach, in der Stadt genau richtig. Laber, kein Unsinn. Das sieht man. Ja, da war es auch schon geschehen. Das ist natürlich so, mit dem man mit 0k spielen muss man auch nachsichtig sein. Man weiß jetzt nicht, wo der Hase langläuft. Innerlich wollte ich wahrscheinlich den Noob total beschreien und beschimpfen, aber... Wobei, Gegner-Team 19k-Gefechte... Naja, da bin ich ja noch wirklich, wirklich gern hier gesehen, sag ich mal. So, schauen wir mal. Da ist noch ein Hetzer. Oh, wie er ausschaut, der Hetzer. Der Hetzer unten rein. Schön in die Wanne. Und, übrigens schaut mal, was er schießt. So viel zu... Naja. Da hat er einfach mal direkt auch gelogen. In seinem allerersten Video lügt er so dreist. Den ignorieren wir jetzt einfach mal schnell. So, da kommt auch ein 820. Den nehmen wir gerne mit. Da, der schießt endlich nochmal. Da konzentriere ich mich ganz schön auf das, was ich da sag. Das merke ich gerade. Oh. Ich hab noch mit denen gespielt. Ist ja lustig. Mit Hitzone-Skins. Dass ihr ein bisschen was lernt dabei noch. Was ein Noob spielt mit Hitzone-Skins? Wobei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für Anfänger kann ich das nach wie vor immer noch sehr empfehlen. Schwer knackbarer Gegner. Besonders aus dem Winkel heraus. Ich hab übrigens schon ganze 5 Schuss nicht Premium geschossen. Starke Nummer, Alcaramba. Starke Nummer. Oh, das ist schön. Wieso ist weg? Oh, du hast schon Hitzone-Skins und Schieß schon falsch. Ach Gott. Jetzt nimmt ihn der Hetzer auch noch fast raus. Jetzt schauen wir mal, ob ich ihn knack. Aber wie gesagt, Hitzone-Skins kann man hier nochmal wirklich lobend erwähnen. Also, am Schluss irgendwann wird es einfach nur nervig und man braucht es einfach auch nicht mehr. Aber man lernt damit wirklich gut. Also, ich kann das für Neulinge nur empfehlen. Das ist schön. Oh, der Gegner B2. Na, schau. Das war schon die Runde. Was hast du gemacht? 725 Schaden. Oh, jetzt muss ich auch noch kommentieren. Oh Gott. War jetzt keine Überrauschung. Überrauschung? Überrauschung? Kennt man ja. Überrauschung. 700 Damage. Schickt man raus. 3 Kills. Sollte für den Sieg jetzt hier schon ausreichen. Ich höre mich an wie Bob Ross. Wer Bob Ross kennt, so höre ich mich an. Hier ist er doch. TD, T82. Auch absolut spaßiger Panzer. Gute Gun. Lange Einzelzeit. Aber... Habe ich, glaube ich, früher auch so gut wie nie gespielt. Aber so viel zu spaßiger Panzer. Leider hat er hier ein bisschen wenig Action. Deswegen gehen wir auf den BZ1C. Der geht hier jetzt mal die Bishop an. Die AFK-La-Kilder. Ich habe hier wohl leben. Ein AFK-La. G.H. Immer wieder schade. Leider wird meines Erachtens etwas zu wenig dagegen getan. Finde ich übrigens besser geworden. Es sind nicht mehr so viele AFK-Spieler. Zumindest gefühlt. Der Gegnerische kommt jetzt gerade zurück. Da wird der 1C gar keine Chance haben. Richtig. Da hätte er endlich mal einen Plan, der Arcama. Der wird aber jetzt eben gleich gut sein. B2 hat gegen den B... B1C hat gegen den B2 keine Chance. Ah, hat er sich gerade noch korrigiert. Da müssen wir jetzt einfach drauf warten, dass die TDs nachziehen. Oder der T28 hat auch eine starke Gun. Und damit war es das Game schon. Wir haben genommen. 4.7. Solider. Guter Erfolg, würde ich sagen. Was sagt die Auswertung? Auswertung. Boah, er ist Erster. Immer noch besser im Schaden. Damit kann ich selber ganz gut leben. Ich habe 11.000 plus noch unterm Strich gemacht. Fahrzeug ausgefallen nach 2 Minuten 43 Sekunden. Also, im Summa Summarium kann ich... Summa Summarium, alles im Lot, Volta. Gott. Mit dem ganzen Leben. Ich hoffe, es hat euch alles vernünftigerweise gefallen. Ihr verreist mich nicht zu sehr in den Kommentaren. Wenn das Ganze der Fall sein sollte, dass ihr sagt, ihr seid gnädig, dann werde ich das vielleicht noch ein oder zweimal wiederholen. Wird mir Spaß machen. Ein oder zweimal. Ich bin bei mittlerweile über 1.000 Videos. Vielleicht gibt es auch mal einen Bonus-Code. Mal gucken. Oh, einen Bonus-Code will er sich ködern. Na, na, na. Ich glaube, man kann sagen, es war eine schöne kleine Zeitreise. Ich bin aber froh, dass wir jetzt im Jahr 2016 sind, dass World of Tanks sich deutlich weiterentwickelt hat. Es ist eine tolle Weiterentwicklung, wie gesagt. Schreibt mal was in die Kommentare dazu. Ich gönne jedem von euch den Type. Und es gibt, ihr seht, manche Sachen ändern sich doch nicht. Am Schluss geht es um den Type oder um den Code. Aber ich will damit keine neuen Abos mehr generieren. Ich glaube, mittlerweile bin ich recht zufrieden, wie sich das hier alles entwickelt hat. Also, ansonsten, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Und natürlich alles Gute an World of Tanks Europa und an die Jungs in Paris. Sind sehr feine Kerle. Leider ist Jan und Hilma gerade ein bisschen allein. Ich hoffe, dass da bald wieder mal ein Community-Manager oder ein weiterer Community-Coordinator sein wird. Ansonsten wachsen mir die Jungs von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer mehr ins Herz. Und ich bin ihnen auch sehr zu Dank verpflichtet, weil es mittlerweile wirklich eine sehr gute, homogene Beziehung in Anführungszeichen geworden ist. Ja, damit sind wir jetzt aber auch beim Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und dann wieder in normaler, gewohnter Manier. Euer Eike Ramba.